Musik Worauf freuen Sie sich denn vielleicht am meisten heute? Immer auf die lachenden Gesichter der Kinder. Für die machen wir das eigentlich, das muss man ganz klar sagen. Wenn man sich das anguckt, die Bilder sieht, das steckt die Erwachsenen genauso an. Und bei dem Wetter, was will man mehr? Welche Station gefällt dir am besten hier? Mir gefällt diese Betonstation eben am besten, weil man da mit Beton arbeiten kann und die Teamarbeit ist da sehr gefragt. Also Bauarbeiter bauen die auch mit so einem Schreib und dieses Zeug, was die da rauf machen, dann stapeln die. Musik Wir sind dankbar, dass wir die GEWO Park hier in Spandau haben, denn sie sind ein engagierter Vermieter, der auch gerade bei den schwierigen Kiezen, die wir zum Teil auch haben in Spandau, sofort einmal Hand anlegt und nah am Bezirk mitarbeitet und mitdenkt. Und nicht nur vermieten will, sondern auch daran Interesse hat, dass die Struktur stimmt. Und da sind wir dankbar. Musik Ich finde es eine tolle Aktion und wenn ich das hier richtig sehe, dann ist man von vollständig begeisterten Kindern umgeben. Und auch die Mitarbeiter, die das hier organisieren und die Firmen, die da sind, die haben offensichtlich Spaß an der Sache. Und natürlich ist es so indirekt auch die Hoffnung, dass das eine oder andere Kind begeistert ist von den praktischen Tätigkeiten. Also vielleicht wird hier der eine oder andere künftige Bauarbeiter, Ingenieur, Architekt, Stadtplaner oder was auch immer schon zu sehen sein. Das wäre schon schön. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.